Quatschen, singen, lachen. Barbara Schöneberger strotzt nur so vor Lebensfreude und würzt ihr Dasein gerne mit einer ordentlichen Prise Humor. Die Moderatorin hat einfach immer einen Kessenspruch auf Lager. Dabei nimmt sie sich am liebsten selbst auf die Schippe. Hauptthema ist ihr Gewicht. Zum Sport muss sie sich laut eigener Aussage zwingen, essen tue sie dafür umso lieber. Wenn wir ihre neuesten Fotos vom Wörthersee allerdings so anschauen, können wir das kaum glauben. Die 46-Jährige ist schlanker denn je. Von extra Pfunden ist hier keine Spur. Mit durchtrainiertem Körper und Minitaille posiert die Werbeikone auf einem Schiff und stellt ihre beneidenswerte Figur zur Schau. Auch der Perspektivwechsel tut dieser Beobachtung keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Im Liegen wirkt die zweifache Mutter nochmal schlanker und größer. Endlos lange Beine und ein wohlgeformter Oberkörper definieren ihre hochgewachsene Statur. Nur ein Detail passt bei dieser Aufnahme nicht ganz in das sonst so makellose Bild. Ihr Kleid ist ihr zwischen die Schenkel gerutscht und legt sich eng um ihre Beine. Fauxpas oder raffinierter Fashionkniff. Durch diesen Umstand gewinnt ihr braves Kleid mit Paisley-Muster in jedem Fall an Sexappeal hinzu. Da gerät auch die malerische Kulisse des Wörthersees schnell in den Hintergrund.